Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Ori and the Will of Wisps. So, ich bin beim letzten Mal hier zurück. Ich weiß aber leider noch nicht, wieso ich hier zurück war. Das ist mir noch ein kleines Rätsel. Ist schon wieder viel zu lange her. Denn eigentlich fiel ich ja da weiter. Oder habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Warum ich da jetzt nicht weiter kam. Weil ich kann doch jetzt hier eigentlich mit der Feder hoch. Wow. Voll nicht mitgerechnet. So. Okay. Jetzt kann ich jetzt mal auf der Karte gucken. Ich kann da rüber und ich kann da rechts lang. Falls ich da überhaupt rüber kann. Nee, kann ich gar nicht. Ne, da kann ich nicht rüber. Das heißt also, ich muss... Hier lang. Stimmt. Hier hatte ich Kuh verloren. Jetzt weiß ich es wieder. Verdammt, ich weiß. Das wollte ich nicht wissen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber... Irgendwas scheint da. Ein Gerücht. Damit kann ich nichts machen. Futterstelle? Wie? Futterstelle? Für was? Ich darf nicht springen. Ich darf nicht sprinten. Das ist ein Garnix. Oh, nice. Wo muss ich denn da hin? Wo muss ich denn da hin? Wo muss ich hin? Äh... Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Und wohin jetzt? Nein, schau mal nicht. Wow. Guck weg. Oh. Überlebt. Was? Heimat der Uran? Ernsthaft? Ach, wir haben es schon gefunden. Ja, das ist ja schön. Können wir Schäme im Sand sehen, Uri? Einst war dies die Heimat der Gorlek, ehe der Verfall sie unter die Erde trieb. Ob ganz Niveen so wird, wenn wir das Licht nicht zurückbringen können? Ähm, wo muss ich jetzt lang? Oh, Mann. Schön. Ein Gorlek-Erzen. Ähm, da komme ich irgendwie nicht lang, ne? Und links, unten rechts. Da komme ich auch nicht lang. Hier ist nur Sand und eine Schaufel. Wow. Was bekommen wir hier? Äh, what? Okay. Okay. Also Sand, der zum Glück immer wieder nachwächst, aber... Warum kann ich das Ding nicht machen? Kann ich nicht. Wow. Okay. Ich weiß gerade nicht, wo ich lang renne. Gar nichts. Bin ich hier oben auf einer Brücke? Wo ich auch nicht weiterkomme. Hier ist ein Schild. Da geht's scheinbar runter. Ich, äh... Hä? Hä? Oh, Mann. Ich frage mich, was ist jetzt schon wieder hier für Fähigkeiten? Warte mal. Moment. Kommt ich da rein oder von der anderen Seite? Von der anderen Seite. Würde ich mal ganz gekonnt sagen. Wo muss ich jetzt lang? Nach oben, nach unten. Ich hab mal wieder... Den Orientierung sind hoch 10, wo ich lang muss. Moment. Äh, stopp. Was? Hä? Reisen auf, ein Wort. Nein, nein, keine Sorge. Ich bin dem Verfall entkommen. Der, von dem so viele meines Volkes Besitz ergriffen hat. Aber es gibt ein Problem. Du, du hast nicht zufällig etwas Wasser, oder? Ich fürchte, meine Fettflasche ist bei einem Sturz kaputt gegangen. Nicht, dass ich Durst hätte. Wir Gollix sind hart im Nehmen. Ich könnte tagelang in dieser Wüste überleben. Aber hin und wieder ein Schluck frisches Wasser tut der Seele gut. Meine Seele ist am Verdursten. Also, er möchte Wasser haben. Oh, irgendwas bekommen wir jetzt hier. Wühlen. Wow. Um das Podest zu aktivieren. Wofür? Muss ich da jetzt hin, oder was? Das ist das Ziel. Das ist der Weg. Okay, hier muss man also... Wett, so komme ich da nicht lang. So komme ich aber lang. Okay, also wir können uns jetzt durch Sand wühlen. Und da unten kann ich jetzt auch lang. Wett, so komme ich da nicht lang. Okay. Moment, da komme ich her, ne? Dann will ich doch hier links lang. Kommt mal her, ja, ihr Fliegen. Nee. Es gibt mir noch mal so eine Fliege. Kommt her, ihr Fliegelein. Kommt. Kommt. Okay, egal. Ich weiß nicht, ob wir da lang müssen, aber ich laufe jetzt hier einfach mal lang. Okay, so komme ich hoch. Ich weiß nicht, wie soll das funktionieren. Ach, sind jetzt wieder so viele Wege, wo man nicht weiß, wo man lang kann, oder? Boah. Ähm. Ah, halt, erst mal Energie holen. Wow. Ich bin hier gerade irgendwo und ich weiß nicht, wo ich bin. Oh, das ist ein Böser. Oh, das ist ein Böser. Brennergie auftanken. Da oben sind Schlüsselsteine. Scheinbar brauche ich wieder welche. Ich weiß nur nicht wo. Oh. Oh. Danke. Okay, da geht's hoch. Ich muss da irgendwie hochkommen. Halt, wartet mal. Dafür sind die Kugeln gut. Und da brauche ich dann zwei. Okay. Da brauche ich die also. Okay. Hä, wie soll das gehen? Okay. Das funktioniert nicht, so wie ich es mir vorstelle. Hm. Wie soll ich das machen? Boah. Unruh, du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Feinde werden schneller wieder zu Leben erweckt. Was? Feinde werden schneller wieder zum Leben erweckt? Warum sollte man das tun? Okay. Feinde werden schneller wieder zum Leben erweckt. Macht für mich keinen Sinn. Das heißt, wahrscheinlich dann in der Richtung ist was. Gehe ich mal von aus. Da ist er. Ich habe die alten Gorlick hier Wunder hier errichtet. Äh. Da ist es. Hier haben die alten Gorlick ihre Wunder errichtet. Gewaltige Türme, verschwungene Bögen. Sie sind nun alle zu Staub und Ruinen zerfallen. Währenddessen kauern die großen Gorlick unter dem Sand. Um ehrlich zu sein, bin ich auch auf der Suche nach etwas, das sich zu plündern lohnt. Stattdessen fand ich Sand. Jede Menge Sand. Du siehst so aus, als wärst du gut im Graben. Vielleicht hast du ja mehr Glück. Spiel gespeichert. Ja, schön, aber... Ach, muss ich jetzt echt nach da unten hin? Da war ich doch schon. Äh. Kam von oben, ja. Und hier kann ich jetzt nirgendwo rechts lang. Hier kann ich nur runter. Das wäre doch eine Idee. So, der Weg ist frei. Mann. Oh, Drecksding. Lass mich in Ruhe. Hier ist aber nix weiter, ne? Nö. Sieht aus wie so ein Energiebalken, ist es aber nicht. Drecksding. Hau ab. 925 ist wieder. Okay, ganz vorsichtig hier runtergleiten. Was auch immer hier ist. Oh. Fragments einer Lebenszelle. Die muss da runter, du blöder Gorlek. Geht weg. Na. Ah. Ah, das ist jetzt doof, ne? Da war ich jetzt echt ein bisschen... ungünstig gefallen. Wieso ist der jetzt schon wieder da? Was macht der denn schon wieder hier? Was soll denn das? Hat der nix zu tun? Oh, das war doof. Das war mega doof. Ich wollte doch nur runtergleiten. ha. Jetzt hab ich ihn mal erwischt. Boah. Boah. Ha. Ha. Boah. Wie geil ist das denn? Hm. Der ist fies. Der ist... Ah. Oh. Weil man wirklich nicht so gut die Steuerung hat. So. Und jetzt ist meine Energie schon wieder vorbei. Na super. Okay. Hm. 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 Ich weiß immer nicht, wo lang. Dann muss da unten irgendwo die Zelle sein. Äh, das Fragment. Was? Wow. Nein. Da ist nur... Da ist, fuck man, eine Energiezelle. Super. Oh. Okay. Wo könnte denn das Fragment noch sein? Ja. 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 Ich glaube gerade komplett falsch. Das heißt, da hoch. Ah. Ha. 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 Ich bin ja auf. Hey. Das ist gut. Ich bin ja auf jeden Fall rat." Ja. Jetzt schauen wir mal nochmal. Hier muss das sein. Ja, da komme ich jetzt nicht hoch. Das heißt also, hier zwischenlanden, Energie tanken und einmal geschafft. Da haben wir beide. Nun gut, was uns hier in dem Tunnel erwarten wird, das erfahrt ihr erst im nächsten Part. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Meine Hände tun weh und haut rein. Tschö, tschö.